Hallo ihr Lieben, es ist Mittwoch, es ist Isobels Geburtstag, der 2. Dezember und ich danke euch als erstes ganz ganz herzlich für die ganzen Glückwünsche, die bis jetzt eingegangen sind auf meinem Kanal unter dem Video, was ich kurz nach Mitternacht hochgeladen habe und auch natürlich für die, die noch kommen. Ich werde jetzt, tut mir leid, nicht jedem Einzelnen antworten, weil es wird immer mehr. Ich freue mich auch natürlich darüber, aber ich bedanke mich dann halt auf diesem Wege. Isabel wird nachher natürlich auch noch was sagen. Sie ist gerade noch in der Schule, wie gesagt, es ist gerade mal, ja na, Vormittag sogar noch für uns. Unser Mittag ist etwas später immer, wenn die Kinder da sind. Ja, es ist ein ganz normaler Tag, Arbeitstag, Papa ist bei der Arbeit, die Kinder sind in der Schule. Gleich, in eineinhalb Stunden ungefähr, kommt meine Mami, die will helfen. Ja, jetzt muss ich überlegen, was sie mir helfen kann. Ja, zu tun ist hier natürlich mehr als genug. Meine Schwester hat ja jetzt zwei Tage ein bisschen hier rumgewuselt und das Bad geschrubbt und aufgeräumt. Das kann ich euch nachher auch zeigen. Danke, Schwesterchen übrigens. Ja, es sind so Sachen, man putzt und macht, aber so dieses richtig Gründliche, ins Detail gehende, dafür habe ich manchmal einfach nicht die Zeit oder die Kraft. Und das übernimmt momentan dann halt die Familie, also meine Schwester. Mal gucken, was Mama gleich macht, wenn sie da ist. Wir werden einfach mal sehen, was wir machen. Ja, Mama will natürlich jetzt heute kommen und Isabel auch gratulieren und nicht am Samstag, wie wir sonst eigentlich immer gemacht haben, wenn unter der Woche Geburtstag stattfindet, dass wir dann am Wochenende feiern, von mir aus auch in Etappen jetzt, durch die neue Regelungen und so. Oder die, ja dieses Jahr ist es ja gar nicht neu, nur Raphael hatte Glück gehabt, dass er richtig feiern konnte im Sommer. Nein, Mama will nicht am Samstag kommen, weil sie dann ja natürlich nichts machen kann, weil Samstag ist unser Sabbat, unser Ruhetag, da arbeiten wir nicht. Das bedeutet, man müsste sich hinsetzen und Käffchen trinken nur. Und dafür ist meine Mama überhaupt nicht gemacht. Sie muss was tun. Also kommt sie heute. Ich freue mich natürlich, die war jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr hier. Aber mal sehen, was wir jetzt nachher dann erleben. Ich habe auf jeden Fall auch noch ganz viel zu tun. Im Wohnzimmer sieht es wie in der Großwäscherei aus. Ich muss die Wäsche abnehmen. Ich habe gestern Abend noch eine Maschine angeschmissen gehabt. Jetzt muss ich noch die nächste gleich anwerfen. Und, und, und. Und wir haben nur einen Staubsauger gerade. Das fehlt mir gerade ein. Ich muss nach oben rennen und den Staubsauger von oben holen. Aber wir haben einen bestellt und der muss diese Woche eigentlich, wenn es klappt, noch kommen. Und den zeige ich euch dann natürlich auch. Ich habe jetzt aber noch was anderes bekommen. Außer Isabel ist geschenkt. Das zeige ich euch ja natürlich auch gleich. Aber als erstes machen wir, glaube ich, den Adventskalender für heute auf. Da ist die zwei, das zweite Türchen. Zack. Und dann, na komm. Gucken wir, was wir heute für Gewürz drin haben. Aha. Tomatengewürzsalz ist heute drin gewesen. Das heißt, ich mache heute auf Isabel's Wunsch Nudelauflauf. Heute Abend, nicht jetzt Mittag. Und dazu entweder normalen Salat oder vielleicht doch Tomatensalat mache. Oder das lasse ich liegen. Ich denke normalen Salat. Auf jeden Fall ist das jetzt hier von heute. Upsale. Das gab es gestern. Aber heute backen wir jetzt keine Lebkuchen. Ich werde mir gleich ein Körbchen suchen und alle Gewürze, die jetzt im Kalender waren, da reinstecken. Und ich zeige euch nochmal die Kerzen, die ich nachher auf Isabel's Kuchen drauf mache. Ich finde die super schön, weil sie so bunt sind. Ja, so bunt wie meine Tochter. Ja, ich schiebe mich natürlich. Mir ist es richtig peinlich, wie der Kuchen aussieht. Ich überlege gerade, ob ich losfahre und mir einen neuen kaufe. Und den einfach mal vergesse, den ich gestern gebacken habe. Weil das sieht aus, als ob es ein 5-jähriges Kind gebaut hatte. Aber ganz ehrlich, ich kann das einfach nicht anders. Also ich habe mit Dekorieren überhaupt nichts am Hut. Und der Kuchen, das war wirklich spontane Idee. Ich wollte eigentlich tatsächlich einen kaufen. Habe mir das nur plötzlich so anders überlegt, als wir im Laden waren. Und habe gedacht, ich backe einen noch auf die Schnelle. Und ja. Nicht schön, aber selten, habe ich auch gesagt. Isabel wird sich bestimmt froh. Der schmeckt aber wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt nicht den Kuchen selbst probiert. Aber die Sahne einzeln und das hier, was ich abgeschnitten habe, ist übrig geblieben. Und ich sage es euch, echt Leute, der Boden, also dieser Kuchenboden selber, schmeckt richtig gut. Und dann noch mit Preiselbeeren. Also er wird auf jeden Fall schmecken, der Kuchen. Nur aussehen tut er nicht so hübsch. So, ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, was ich schon bekommen habe. Ich habe mehr bestellt. Es sind ein paar Pakete, die noch kommen müssen. Aber das, was ich bestellt habe, kann ich euch natürlich zeigen. So, neben Isabel's Geschenk, was sie nachher auspacken wird, die hat das nur gesehen, eingepackt und wird nachher auspacken, wenn sie wieder da ist, habe ich für mich was bestellt, womit ich jetzt mal noch lernen muss, wie das geht. Ich habe mir ein Mikrofon bestellt. Damit ich die Videos auch mal anders machen kann. Also sprich, ein Video, wo ich was mache und dann was spreche. Also zum Beispiel was im Schnelldurchlauf zeige. Und dann kann ich, hier mache ich das und hier mache ich dies oder so. Das nicht nur jetzt zu sehen ist, sondern auch mal ein bisschen erklären, was ich da jetzt tue. Dafür habe ich mir, das ist ein günstiger, also nichts Besonderes, wenn es bewegend ist, habe mir jetzt bestellt. So ein, muss ich noch gucken, wie genau das funktioniert beim Videoschneiden. Und dann habe ich mir, das ist jetzt wirklich auch alles für heute, für meinen Dampfbesen, die sich hier bestellt. Das sind diese Ersatzbezüge und bin gespannt, ob die gleich passen. Die scheinen ein bisschen größer zu sein, aber Hauptsache nicht zu klein und die sind alle mit Klett, also Klett fähig. Also müsste das eigentlich für Veleda passen. Das stand auch eigentlich von Veleda. Ja, die Struktur gefällt mir. Ich werde sowieso heute noch putzen. Also zeige ich euch, ob das klappt oder nicht. Ja, und Isabel ist geschenkt. Ich habe es jetzt, also wie gesagt, sie packt das nachher aus. Ich nehme die Kamera mit und zeige. Und ich hoffe tatsächlich, dass der zweite Teil von dem Geschenk, was wir jetzt an Sachgeschenken, sie hat auch Geld bekommen, dass es heute noch kommt. Dann hat sie beides gleich auf einmal da. Und wir machen als erstes die Küche. Die Küche ist nicht viel, muss nur ein bisschen Geschirrspüler noch einräumen und sauber machen. Ach so, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, obwohl ich das ja in einem Video extra gezeigt habe, wo ich die Dinger her habe, also diese Linzer-Ausstecher, bei Amazon erleben. Einfach mal eingeben, Linzer-Ausstecher oder Plätzchen-Ausstecher, Ausstechförmchen oder irgendwie sowas. Und dann kommen ganz, ganz viele. Also das ist, da waren noch viel, viel mehr und auch andere Formen. Ich habe jetzt die weihnachtliche Variante genommen, mit Schneemann und Dannbaum und so weiter. Da gibt es deutlich mehr, also alles Mögliche. Ich werde mir demnächst wahrscheinlich noch andere holen, damit man auch nicht immer nur zu Weihnachten sowas backen kann. Aber jetzt habe ich jetzt mal nur für die Zeit, die sich hier mir geholt. Also Amazon. So ihr Lieben, meine Mama hat sich gerade gemeldet, die kommt ein bisschen später. Das heißt, ich mache jetzt Pfannkuchen, weil die Kinder schon eigentlich fast im Anmarsch sind. Dementsprechend, ja, die müssen gleich was essen. Also, es geht los mit dem Pfannkuchen. Ich habe die ruhig schon mehrmals gezeigt, deswegen werde ich jetzt nicht groß erzählen, wie ich das mache. Das heißt, auf jeden Fall gehören Eier rein, Milch, Mehl, Zucker, ein bisschen Salz, einen kleinen Tropfen Öl, Butter für dahinter hier drüber schmieren und ein bisschen für die Pfanne. Und das war's. Je nachdem, wie viel Pfannkuchen ihr machen wollt, müsst ihr auch gucken, ob ihr zwei Eier nehmt oder drei Eier. Je nachdem, ja, wie gesagt, wie die Menge ist. Ich mache ein bisschen mehr Pfannkuchen. Deswegen nehme ich sogar, glaube ich, vier Eier und nicht nur drei. Ich komme hier gerade so ganz leicht ins Schleudern heute, so viel zu tun. Und ich rudere schon mal hier ein bisschen. Also, ich habe ein bisschen schon was erledigt, aber noch lange nicht so viel, wie ich eigentlich gerne hätte. Vier Eier, vier Eier, wahrscheinlich sogar fünf. Ich nehme fünf. Dann brauchen wir auf jeden Fall Zucker. Wie gesagt, alles frei Schnauze. Ich habe für Pfannkuchen noch nie irgendwas großartig abgemessen, muss ich sagen. Weil das habe ich schon immer Pi mal Daumen nach Auge so gemacht. So, ein kleiner Priesen Salz und Milch. Kann sein, dass ich noch eine paar Pfannkuchen gleich holen muss. So, ein bisschen Öl. Und dann, ich habe schon die Pfannen angeschmissen, für den Anfang, für die ersten Pfannkuchen ein paar Tröpfchen tatsächlich, nur Tröpfchen Öl in die Pfanne rein. So, das Leben. Seht ihr, ein paar Tropfen, wirklich nur ein paar Tropfen. Ich mache heute wieder mit zwei Pfannen, dann geht das schneller. So, jetzt brauchen wir einen Schneebesen und das Ganze erstmal verrühren. Ich mache die Pfannkuchen ganz leicht vanillig, also einen Tropfen Vanille-Essenz rein. Und jetzt einfach mal Mehl. Und zwar so viel, wie ihr es braucht halt, also es ist ja unterschiedlich, der eine mag die Pfannkuchen dünner, das heißt, die werden dann halt. Muss nicht so viel Mehl rein. Wenn der etwas dicker mag, dann noch ein bisschen mehr. So, und die Pfannen sind jetzt heiß. Ich mache schon mal die ersten, um zu gucken, ob das jetzt dick, dünn oder wie auch immer wird. So, ich habe jetzt schon mal die Teller hingestellt. Oho, die Kinder kommen, ich höre die schon. Moin! Hi! Hallo, du bläst! Ich muss 30.000 Zettel unterscheiden lassen. Ja, das wolltest du schon gestern. Ja, aber jetzt nicht wusste ich. Pfannkuchen! Ihr hört, ne? Die Freude ist riesig. Pfannkuchen. Die Kinder lieben Pfannkuchen. Also alles richtig gemacht. Ein Stückchen Butter. Ich mache jetzt ein bisschen Butter hier drauf, auf diesen, von einer Seite nur. Ja, und das ist auch alles. Das ist das ganze Kunststück. Mehr passiert hier nicht. Ich bastele jetzt einfach mal weiter an den Pfannkuchen hier. Hier ist noch Risotto von gestern übrig. Ja. Ich habe jetzt eine Klicke, die da hinten in uns Arbeitsdienst zu machen. Zack. Hast du da keine Tüge gehört, ne? Zack. Und ich mache weiter und zeige euch nachher das Ergebnis. Da ist sie! Unser Geburtstagskind. Alles Gute Weihnachten. Sie ist so zu häuseln. Papa, unser Türchen heute schon geöffnet. Mama, Papa hat dir heute sein Türchen heute schon geöffnet. Dankeschön für eure ganzen Glückwünsche. Es sind so viele, ne? Ich bin dabei. Ja, jetzt ist meine kleine Maus von 17 Jahre alt. Was willst du mir in die Hosentasche? Na ja, kannst du die Geschenke auspacken und zeigen. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt mal machen wir Pfannkuchen. Die verbrennen gerade. Hast du die schon ausgepackt? Du? Sieht man aber nicht. Aha. Ich habe sie ganz sicherlich aufgewacht und wieder zurückgebracht. Ich werde morgen gewählt. Diese Schummelerin, ne? Ich denke, die Geschenke liegen da so schön noch eingepackt. Und die hat sie aber aufgemacht und so wieder zugemacht. Hat nachgeguckt heute früh, hat geluschert, was da drin ist. Na ja, ist egal. Mach jetzt auf und zeige es den Leuten, was du heute bekommen hast. Der Rest kommt noch. Sollt ihr heute noch mal helfen? Komm. Zeig einfach jetzt, was du bekommen hast. Das ist noch nicht alles. Ein Teil kommt. Also, ihrchen. Entschuldige mich ganz herzlich. Für den Krach, der hier gerade ist. Die Kinder sind gerade von der Schule gekommen und müssen natürlich ganz viel Apps. 1, 4, 7, 8. 1, 4, 7, 8. Hier liegt gar nicht. Geh mal ran, dass das vielleicht das Handy von jemanden sind. Hallo? Nein, da war ein Stück in der Sekunde. Da habe ich gleich gemerkt. Und es war das 4. Ich habe eins gelesen. Ups. Okay. Guck hier. Zeig mal, was du bekommen hast. Oh, gestern hat jemand auch mal gehoben. Frau Kropis. Kropis? Ach so, das bin ich natürlich. Alles klar. Na, Frau Kropis. So, zeig mal, was du bekommen hast, mein Schatz. Ja. Äh, das. Jetzt kann ich zeig. So ein Parfüm und so ein Duschgel. Und das hat sie sich gewünscht. Nicht genau das, aber... Sowas ähnliches. Eine günstigere Variante davon. 50 Euro. Das sind... Ich habe sie noch nicht ausprobiert. 120 verschiedene Farben. Das stand auch extra für Künstler. Ja. Von daher... Das steht bei Faber Castell auch dabei. Ja, aber auf Faber Castell kochst du das Hüffache. Ja. Wir müssen da ein bisschen auf Geld achten, ne, mein Schatz? Ich hätte sie mir auch selbst holen können. Ich denke mal, für den Anfang geht das auch. Und du hast trotzdem so viele Stifte. Und dann kann man so sauber auspacken, dass es sogar noch Luft kommt. Das Papier... Ich zerreiße das immer. Das Papier konnte... Man konnte das... Man konnte selbst das Klebeband ohne Schaden von diesem Papier abziehen. Ja, von dem ja, das geht von alleine ab. Hier ist es ein bisschen kaputt gegangen, aber wirklich nur minimal. Aber das andere, das Silber an der Papier ist auch sehr grob. Also das habe ich echt... Ich habe meine Mühe gehabt, das zuzukleben, dass es auch nicht dann dauernd aufgeht. Ja, es ist halt ein bisschen fester. So, ich mache jetzt hier weiter. Hier ist Chaos pur gerade. Tut mir leid. So, ihr Lieben. Isabel guckt sich gerade das Video, was ich für sie gemacht habe. Und gerade kam die Post. Der Rest von ihrem Geschenk ist da. Komm her, Raphael, gib mal her. Sie darf das jetzt auspacken. Das ist so schwer. Ich packe das für dich aus. Du isst weiter. Und ich zeige gleich der Community schon mal ins Bild hier. Das bekommt sie. Isabel. Leinwand. Nein. Äh, eine Staffelei. Staffelei. Das hast du doch gewollt. Ja, das ist deine große Staffelei, damit du nicht mehr am Fußboden malen musst. Leinwände kaufen wir demnächst, wenn wir unterwegs sind, für dich bei Ektik. Aber das ist jetzt die Staffelei. Die bauen wir ja zusammen. Oh, die Pfandkuchen verbrennt. Nimm, nimm, nimm. Auf jeden Fall, Isabel bekommt noch eine Staffelei. Schwarz, will jemand essen? Pack ihn weg. Trotzdem hin. Isst bitte. Da ist die Staffelei, damit sie vernünftig malen kann. Bis zum. Begeisterung schlägt um sich. Nicht zufrieden? Ja. Doch? Ach, beschäftigt mit dem Essen. So, das Mittagessen war super lecker. Also die Pfannkuchen sind sehr gut gewesen, oder? Mhm. Da ist ein Isabel und baut gerade ihr Geschenk auf. Freut sich auch richtig. Aber das meiste, was dir am liebsten gefallen hat, ist was? Die Stifte. Die Stifte, das habe ich mir schon gedacht. So, und ich muss das Übliche machen. Die Wäsche, das räume ich jetzt einfach weg. Ich habe heute doch keine neue Maschine angeschmissen. Keine Lust. Ich will heute keine Wäsche hier haben. Ich räume das einfach jetzt weg und lege zusammen. Wie sollen wir jetzt schon wieder so viele Einzelsocken? Das ist deine. Die andere hängt oben. Ah, na super. Oben ist auch noch Wäsche, die muss auch noch abgenommen werden. Genau. Äh, ja. Wieder mal das Phänomen, ne? Bermuda-Dreieck in der Waschmaschine. Der Raphael, der hat gerade da einen alten Wäschekorb zerlegt. Wollte eigentlich dich in Action aufnehmen, aber das habe ich jetzt verpasst. Hat es Spaß gemacht? Schon irgendwo? Schon irgendwo. Das ist ein Saft-Kräum-Zucker. Ja, in die kleine Mülltonne, ja? Äh, ja. Das ist Restmüll. Einfach da reinschmeißen. Ja, den haben wir jetzt entsorgt, weil wir einen neuen gestern gekauft haben. Raphael hat sich auch schon daran verletzt, deswegen hat es ihm auch Spaß gemacht, den kaputt zu machen. Und, die Staffelei ist fertig? Ja. Juhu. Das ist das gute Stück. Das ist sehr gut geworden. Also, das habe ich jetzt für Sie noch zum Geburtstag bestellt. Und die junge Dame freut sich. Juhu. Juhu, genau. So, und jetzt Geburtstag hin und her. Wir müssen ein bisschen Haushalt erledigen, Fräulein. Raphael hat schon einen Staubsauger runtergeholt. Schwingt mal das Rüsseltier. Ja. Musik So ihr Lieben, es wird hier in allen Ecken gerade rendaliert. Hier wird was aufgeräumt, da wird irgendwas geputzt und so weiter und so fort. Ich mache jetzt aber Abendessen, sonst schaffen wir das heute nicht zu essen. Isabelle hat sich einen Nudelauflauf bestellt und zwar mache ich den mit Hackfleisch und ich habe jetzt den Backofen schon angeschmissen und auf dem Herd steht meine offen feste Pfanne mit ein bisschen Öl drin. Und da packe ich jetzt einfach mal das Hackfleisch rein, was ich gestern extra dafür gekauft habe für Aldi. Und das lasse ich jetzt mal anbraten zusammen mit so klein wie möglich geschnittenen Zwiebeln. Und dann nehme ich einfach mal nur noch Paprika, zwei Stück und zwei Zehn Knoblauch. Das ist alles. Und natürlich dann was wir brauchen an Flüssigkeit. Also ich denke mal ein bisschen Tomatenmark. Ja, dann nehmt ihr welche. Ein bisschen Tomatenmark und Rama zum Kochen. Also Sahne quasi. Für mich halt Sahneersatz. Die Paprika schneide ich jetzt auch einfach mal so klein wie es nur geht. Man könnte eigentlich auch nicer Dalsche nehmen. Nehme ich jetzt nicht. Ich schneide das mal jetzt in die Pfanne rein. So klein wie es nur geht. Und so ganz kleine Würfelchen. So, die Paprika ist fertig geschnitten. Die gebe ich jetzt einfach mal in die Pfanne rein. Und zack, Knoblauch auf den Knoblauch rein. Und zack, Knoblauch auf den Knoblauch rein. Und anpacken lassen. Ich habe noch ein bisschen Risotto da. Der Wild kann dann Risotto essen. Oder eben den Auflauf. Oder beides. Und die Pfannkuchen sind auch noch da. Aber die werde ich vielleicht jetzt abdecken und zum Morgen lassen. Und morgen dann gefüllte Pfannkuchen machen. Also eine süße Variante davon. Weil heute wird das zu viel mit Kuchen nach und so. Wir haben ja noch zu drücken. So, es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Ich gebe jetzt einfach mal Tomatenmark rein. So, und jetzt habe ich zwei Packungen feine Creme zum Kochen. Ich glaube das sind von Eisen. Die kommt jetzt auch mit rein. Eine. Zwei. Beide spüle ich ein bisschen aus mit Wasser. So. Dann hier. Der Rest von meinem Bressot. Das ist das jetzt Pfeiler Kräuter. So. Schön einrühren. Würze nicht vergessen natürlich. Wir haben weder Salz noch was drin. Also Zeit. Salz rein. und pfeifen. Pfeffer. Natürlich Paprikapulver. natürlich Till und noch ein bisschen Wasser und das Ganze lasse ich jetzt kurz schmoren, solange ich was suche so, da es ja Paprikaauflauf ist mit Nudeln und Hacklech habe ich euch letztens wieder gezeigt, habe ich bei Kaufland so eine Paprikapaste mild mitgenommen, die gebe ich jetzt Hupsel, die pupst ein bisschen was davon rein ich probiere mal, ob ich mehr Salz brauche irgendwas fehlt und wisst ihr was, ich gebe einfach ein bisschen von der Rinderbrühe rein und dann ist das auch gleich Salz und ein bisschen noch Gewürze mit bei den Herd habe ich schon ausgemacht ich gebe einfach noch ein bisschen Basilikum mit rein, aber ein bisschen nicht die gleiche Hand voll ja und jetzt, ich werde oft gefragt, gekochte Nudeln, ungekochte Nudeln einfach so, wie wir sind, roh, ich nehme mal die Mini-Penner-Regatte einmal eine Packung müsste eigentlich auch reichen umrühren ja, das reicht Hallo Christian und jetzt kommt einfach nur noch Käse drauf und ich denke ein kleines bisschen mehr Wasser so, vielleicht 50 Milliliter noch damit das alles gut entdeckt ist und jetzt kommt einfach mal der Ofenkäse drüber und ich habe hier ein bisschen Rest-Cheddar und dann ab in den Ofen mit Deckel das ist jetzt ein Topf mit Deckel so ja, bis er fertig ist ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das braucht aber meistens sieht man eigentlich, wenn die Nudeln durch sind, kann man das merken so ihr Lieben, der Auflauf ist fertig ich zeige euch gleich, wie er auf dem Teller aussieht aber so sieht er auf jeden Fall aus in der Form ich habe gerade ein bisschen versucht, die Torte etwas aufzuhübschen ich werde euch nachher die zeigen oder ein Foto auf jeden Fall hinten reinsetzen hinter das Video dran wir werden jetzt essen Isabel wird dann die Kerzen auspusten so so schaut es aus das ist jetzt unser Auflauf unser Läckchen ist auch fertig die Soßen habe ich auch fertig gemacht ja wir werden jetzt das mal essen und dann sehen wir uns wieder und dann sagen wir euch Tschüss erst mal essen wir bis gleich so sieht der Kuchen aus wenn er angeschmissen ist so ihr Lieben der Tag ist jetzt vorbei meine Mama ist weg wir haben gegessen Kuchen ist noch ein bisschen was da für morgen freue ich mich der ist super lecker geworden der schmeckt wirklich deutlich besser als der aussieht ja Isabel hat sich gefreut die hat noch von Oma was bekommen den Oberteil und ein Rutscheid von Amazon oh die Schirrspüler da sind jetzt die Geräusche im Hintergrund ja ich werde jetzt diesen Vlog beenden ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja wie immer Daumen hoch abonnieren wir mag und wir sehen uns ganz bald wieder Tschüss ihr Lieben